Ich bin im Bundestag seit zehn Jahren und habe mich in den vergangenen Jahren mit dem Thema Umwelt, erneuerbare Energien und Tourismus beschäftigt, war im Haushaltsausschuss auch für den Umweltetat zuständig und natürlich viel mit Zahlen zu tun gehabt. Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Energie, Wirtschaft, Mittelstand und Tourismus. Es ist wichtig, dass wir als Union deutlich machen, dass es in unserem Land nicht nur darauf ankommt, den Wohlstand zu verteilen, sondern diesen auch zu erarbeiten. Und dafür müssen wir die Grundlagen schaffen, damit die Wirtschaft sich entfalten kann, die Rahmenbedingungen so sind, dass Unternehmen erfolgreich wirtschaften können. Ich glaube, dass es wichtig ist für mich als Person, aber auch für uns als Union, dass wir Politik mit Maß und Mitte machen, dass wir schauen, dass wir die Position ausgleichen und die Grundlagen dafür schaffen, dass sich unser Land weiter so positiv entwickeln kann, wie uns das in den letzten Jahren gelungen ist.